Die Nasenkorrektur ohne OP und viele werden sich an diese Patientin erinnern, die war vor zwei Wochen bei uns. Da muss man einfach nur die Vorbilder einfach mal anschauen. Jetzt nochmal bei der Nachkontrolle die Feinjustierung und dann wird man auch erkennen, wie wunderbar das Ergebnis jetzt wird und wie schön gerade die Nase wird und diejenigen, die das frühere oder zwei Wochen früher einfach bei uns schauen, die sehen auch, was für ein Höcker da vorne war. Das alles ist jetzt gar nicht mehr sichtbar. Man sieht eine schön angehobene Nase, eine schön gerade Nase und ich glaube, mit so einem schönen Ergebnis wird die Patientin auch zufrieden sein. Sie ist auch zufrieden und denke ich, dafür ist das Foto jetzt da, dass man sich das einmal anschauen kann. Und ihr habt das bereits jetzt im Vorfeld gesehen. Jetzt nickt sie und stimmt einfach uns zu.